ARD Text im Auftrag von Funk 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 ARD Text im Auftrag von Funk Funk ARD Text im Auftrag von Funk Funk ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk 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 ARD Text im Auftrag von Funk 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 Oh Alter! Ach du Scheiße. Jetzt geht's los. Nein, einfach so weit er kämpft wie vorhin. Hier ist einer. Kommt rein. Scheiße. Nicht Rückzug, kein Halt! Mann! Naja, was soll ich machen? Es waren zwei. Einer hinter mir, einer vor mir. Oh, das ging daneben. Ich glaub's nicht. Aber der Schuss... Ich wollte gerade sagen, der trifft ja auch überhaupt nicht. Aber jetzt doch... Nein, ich hab keine Munition mehr. Ah, schade. Scheiße. Ich war leer geschossen. Schade, schade, schade. Ah! Ah, schade. Die eine hab ich selber verkorkt. Hab bewusst, wo er ist. Und hat in der Brunblitze geschossen. Voll idiot. Na, wenigstens war's noch GG. Sehr nett. Ja. Da. Bis dahin! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020